Das hätten wir echt komplett neu anfangen können, ne? Ja, jetzt müssen wir die ersten zwei Minuten wieder machen. So, dann geht's aber auch los in 3-2-1. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde G-Siegler 3 LBT. Dieses Mal bei mir im Team der Oldman Deo. Hallöchen. Der Zimpfstein. Hi. Der Scanjack, der nicht bei uns im TS ist. Der Darkness mit G. Hallo. Und der Moron. Hi. Und dem gegenüberliegenden Team, der Darkness mit K. Hallo. Der Flo, der glaub ich auch nicht im TS ist. Der nach langer Abwesenheit mal wieder aufgetaucht hat Don Krümel. Der MLA, glaub ich auch nicht im TS. Der Blue auch nicht, aber Shadow. Der auch nicht sagt so gut. Wir befinden uns hier wieder Testweise auf einer neuen Karte von Warfox. Da haben wir ja einiges an Erfahrung mit Warfox Karten testen. Von daher dachten wir, machen wir es heute nochmal. Ich hab schon wieder vergessen wie die heißt. Irgendwas mit K. Irgendwie die meisten seiner Karten fangen irgendwie immer mit K an. K. Ich glaube K. K. Kann nur von Warfox sein oder? K. 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 für uns ist wohl dein pc abgerauscht aufgrund des rausswitchen ist nicht abgerauscht ist einfach bloß ich konnte halt nichts mehr machen weil immer noch dass das sie da drei fenster wollen aber da passiert halt nichts und die anderen fenster konnte ich halt überhaupt nichts machen ich kann mir irgendwas schließen mit dem taskmanager von daher ist halt das raus haben wir sind immer so eine gefahr gefahr für die öffentliche ordnung ist das nicht das ich glaube ich alle römer fast oder ob ich einen asiaten natürlich auch auch einer seite tatsächlich also wollte ich habe heute nur schon mal setzen und das stein dahin bringen lassen damit ich bin im winter im fall vorbereitet bin also dass wir mal stein brauchen so was haben wir denn hier noch jetzt brauche ich mal pios und müssen wir hier reingehen also brauchen wir noch geologen wir müssen es sein und dahin los so hier würde ich gerne die bäume hier weg machen weil angeblich ist hier fischen im reich da kann man durchaus schon von monaten reden in dem alter wo mittlerweile angelangt sind ist ist alles gefühlt nur minuten so um so um noch mittler zu einem so um noch pios und so um noch pios und Dann haben wir wieder Kohle. Okay, passt. So, das ist aber da noch ein Schuss. Da brauchen wir noch ein, okay. Ich will trotzdem die Standorte jetzt noch mal an die Minen, um da die Schmelzen zu kommen. Aber, muss man weitermachen. Ich werde auch mal noch gerne das mittlere Wohnhaus. Für mehr Pio-Action. Action! Ein pseudo-österreichischer Arnie-Akzent ist leider nicht so gut. Ich entschuldige mich dafür. Okay. So. Hey, da hinten kommt der Eisen. Sagen wir mal was ganz Neues. Zwischen auch noch Eisen. Oh, das ist alles. Alles Kohle. Ich würde es gerne ein bisschen. Kollege. Das meine ich natürlich nicht. Kollege. So. So. Zudem. Oh, das ist ja. Mh, kriegt das irgendwie so hin, was ich zu machen will. Klasse. Oder zu machen. Eieieiei. Passen wir mich das auf die Reihe öffnen wieder. Eieiei. Kann ich jeden Fall hart dabei fehlen, um es auf die Reihe zu kriegen zu besuchen. Am Ende war auf jeden Fall aber kein Eisen, ja? Ich habe hier nur Kohle gefunden. Ich glaube nicht, dass das hier so ganz an dem äußersten Entchen ist. Aber das ist jetzt so was, als ob das hier komplett Kohle ist. So. Gut. Dann brauchen wir eben mal hier. Ne? So. Könnt ihr glaube ich mal hier weiter den Wald einnehmen. Die sind alle gleich, die Spots, ne? Ja. Paar geschehen, ja. Paar geschehen, ja. So. Dann hier. Vielleicht ist das mit Platz, ja? Aktuell nicht. Hoffentlich reicht es in die Bäume wieder wechseln, sonst wird das ein Trauerspiel. Planieren wir das erstmal nur. Was machen die Planierer eigentlich gar nicht? Ach. Jetzt gehen sie da hin. So, mehr Pios. Blut-de-de-de-de Pios. Jetzt haben wir's auch nicht mehr weiter. Oh, da haben wir eh gerade zu viel an Pios. Zu viel ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Oh, genug. so ob man das reicht hier vom platz und stehe ich ganz schön blöd da das ist das risiko wert oder will ich das noch mal abreißen seitdem das man hat das normal noch um noch umsetzen das moment was der platz ist weil die bäume da gerne so müssen stehen bleiben planiert sich auf der platz irgendwann frei werden würde sonst hat irgendwelchen unsinn getriegt ganz viel ich momentan nicht so wirklich wie kommt es eigentlich dass mr bluber wieder spielt ich dachte da ist ein cs das kann ich das hier und ist das aber ganz am ende machen das ganze das nennt man insider wissen wir sowas meine kohle nur auf 70 prozent läuft das ist so scheiß habe ich jetzt auch nicht gesetzt ich verstehe dieses prinzip manchmal nicht meinst du so ein bisschen wie glücksspiel ja das geht 100 prozent also auch was ist die kohle da rechtzeitig nur geschützt dass die kohle rechtzeitig umgestellt sonst haben wir sonst houston haben wir tatsächlich ein problem eigentlich wenn meine kohle mine umschieben das wird ja auch nicht ewig halten was den fisch angeht oder ganz gut schwer zu sagen also viel mehr fisch gibt es leider nicht ja beim gold noch irgendwo ne ich auch ich Ich würde gerne wieder mit dem Träger umhören, da hier rein. Gerade ein bisschen zu wenig Träger, Zurbauprojekte. Würde ich gerne ändern. So, gut. So, dann müssen wir jetzt auf die Kuh aufpassen. Weil die Schmelze dabei ist. Weil die Schmelze dabei ist. Weil die Schmelze dabei ist. Ganz, ganz schnell ausstellen. Weil die Werkzeugschmiede nicht rechtzeitig fällig wird. Aber ich wollte gerade sagen, da wurde nicht mal angefangen darauf drum zu hören. Das ist aber gelogen. Mittlerweile wurde dann angefangen, drum zu hören. Aber halt nicht viel. Von daher wird es da direkt ausstellen. So. Aus. Welch? Welch. 1, 2, aus. So. So. Jetzt sollten da drei Kohle sollten da auf dem Weg sein. Das reicht erstmal für einen Moment. Also für die ersten drei Eisenbahnen und dann halt für die ersten drei Werkzeuge reicht das. So. Wir sitzen jetzt hier unten mit dem Fisch aus. Und nicht besser. Vielleicht mag diese Bäume nicht. Dann machen wir das halt hier hin. Mal hier. Das hier liegt auch noch relativ nah dran. Dann machen wir es hier hin. So. Gut. Habe ich mich nicht versucht auf dem Plan zu lassen, dass die Bäume gleichzeitig verschwinden? Tun es nicht. So. Können wir noch ein Wohnhaus bauen? Dann müssen wir in Richtung Sumpf. Ist da unten. Da war schon auf dem Weg dahin. Aber erstmal bauen wir noch ein Wohnhaus. Was? Ich übrigens hier. Da auch nicht unbedingt. Aber wir können die Sachen auch natürlich auch hier hinbauen. Dann haben wir hier noch ein Wald. Aber weiter orientiert mich leicht. Das hier hin. Ist noch ein bisschen weiterer Laufweg, aber es wird, es wird. Gut. So. Eine Angel. So. Und dann weiterhin Holzaufbau kommen. Dann kriegen wir da auch eine Säge einmal mit dazu. Schwierig zu sagen. So. 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 Nur eins. Zwei. Zwei. Drei. Und eine Säge hier ans Ende. Zwei. So. 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 da. So. Es. Doot aus. so. Ich meine, ich ich laber fixed. Dann vielleicht auch. Aber es verbenden immer. ich will nicht meine streng geheime superbilder hier vor allen leuten fragen vor allem dieses gegners das gegner geheimer plan das schweigen so ich wollte zum sumpf einnehmen und bin ich hier noch mehr kiosk nach welches passiert und ich hätte wieder fänden gemacht aber muss sagen bisschen früher mit brot anfangen ich meine minute 18 muss halt schon mal 20 minuten später die erste steht also jetzt scheint da irgendwie alles von den bäumen weg zu sein aber das ist immer noch kein platz das nicht verlassen ob das noch zu sicher platz kommt und erst mal ein bisschen mehr holz dann müssen wir schneiden dann kann man ein bisschen weg zur produktion aufbauen und dann machen wir richtig krass so das ist das ist so dass jetzt eine fettkrasse plan erst mal das und dann machen wir noch eine weitere kohle mine und jetzt schmelze nicht aber werkzeug schmiede ja so also weiter kohle und werkzeug das nehme ich lieber dafür gut dafür brüchte ich dann halt noch eine angel so pioniere sumpf direkt an mein werk interessant so und da aber gleich nach oben versetzt damit er wieder oben noch ein bisschen mit bäumen beliebert so so können wir noch mehr fisch geworben wird da unten gleich gebaut ich glaube die minen könnten noch mehr wenn wir nicht mit mehr fisch beliefert werden würden schnell zu machen und da unten ohne weg zu schmiedern das war ja ganz ganz krass als ob ich das genau zentimeter genau naja fast zentimeter genau vorher geplant hätte das passt tatsächlich alles genau hin vielleicht war ja doch in der breite nicht genug platz für das so dass wir mit dem berg sehr stark abnimmt und das gebäude wahrscheinlich auch im spiel größer ist als es aussieht da kann sein dass das mit dem plan schon gepasst hätte wenn ich die fische nicht da unten eingesetzt hätte aber ich finde so läuft es auch habe ich meine sachen alle auf der linken seite vom berg ich finde das das geht schon brauchen wir noch eine schaufel oder zwei und dann machen wir noch ein paar jetzt ist alles schon fertig hier wird schon häufig gesät gesägt ist gut so sagen ich meine sumpfkraut so es ist unwinnstig stehen was sehr okay so so gerne als wir daneben sitzen möglicherweise gleich nach unten versetzen oder ich nicht so schnell ich weiß von nichts ich kenne schon ein blieb aber ich bin überhaupt nicht informiert also als 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 aus europäer so du bist ja ja stimmt das ja wohl die berater kommt und kino jetzt und wir kommen ja wohl die berater in der nachkommen die wiese bügel melden auch gut wie sie dann damit die drei haare immer fällt dann haben wir gerade nicht eine warum auch sehr lustig der schule ist man nicht so ein wichtiger klassiker bin beim neuen film ein bisschen skeptisch haben wir gucken wasser aufgreifen und das ist glaube ich auch spielung ist wie schwierung vor allen dingen die schmierung ist es auch schwierig zu erwarten oder anders vor allem weil da halt jeder irgendwas anders erwartet so manche sachen die in so einem in so einem kleinen kleinen einen comedy sketch halt lustig sind und funktionieren halten also film los machen ist halt manchmal so ein bisschen schwer ich glaube es klappt ja bin ich auch mal gespannt so jetzt habe ich fünf vollzölle gesetzt tatsächlich und zwei sägen sich was ich eigentlich davon warte ist ja sketsche kleine sketsche nicht unbedingt ein film von mir muss auch ganz im feuerwerk sein was da abgefackelt wird da liegt noch ein hammer rum ist das schon wieder verausgabt oder wird es ja ich bin gespannt also wenn es einigermaßen von den alten film herankommt und ich konnte vielleicht ganz schlecht sein es ist wie immer man muss sich selber eine meinung bilder ja so ich bin auch bei so einer bei solche filmen die muss ja politisch orientiert sind die nicht jedermann geschmackssinn also ich gehe auch lieber ein comedy sein werde ich solche filme vielleicht blüht finden aber es gibt auch welche die wie ich interessant finde das ist glaube ich immer wie sagt man die geschmacklich sind verschieden das war jetzt wenn ich sie gehört hat man sofort erkannt ich habe noch die größte mir gegeben das lange wieder nicht anfängst ordentlich zu sechseln so versteht man sich noch also hier wollen wir mal nicht nicht hin kommen es ist schlecht ich bin zwar gebürtiger sachse in dieser weise aber ich bin da ewig nicht mehr gewesen endlich endlich kommen die geheimen informationen ans licht ja stell dich an der wagen vergangenheit fahnenflüchtiger kriegt bloß keine sachen ok also wenn ich träge aus der beruhung aus irgendwo oder zwei wahrscheinlich aber zwei wenn du sachsen anhalt zu sachsen dazu seels ja und darauf an in welchen stammrunde sie das anspricht ja was ich weiß naja manche sind wir ja dann immer recht empfindlich ich meine ich wohne jetzt in niedersachsen das hat ja auch noch sachsen im namen das war der bayer entschuldigung das war der bayer entschuldigung das ist eher der franke ich glaube mittlerweile ist es einfach so sehr durchmischt mit irgendwelchen mit mit irgendwelchen sachen dass es kaum so in der einform noch auftritt jeder hat hat mir irgendwas mit dem dialekt aufgeschnappt fand es total lustig weil es nicht nicht jeder verstanden hat und dann etabliert sich erst langsam ich hoffe ich komme noch ohne oder das weiter ich glaube ich werde mir noch ein paar pios umwandeln wir gehen hier langsam die leute aus ich habe zu viele von den sachen hier gleichzeitig ein auftritt gegeben das sind ja auch alles leute das sind nicht nur leute die da arbeiten sondern auch träger und alles wenn man halt so wenig da sind kommen die wappen kommt die werkzeuge nicht mehr nach und dann wird nicht mehr gearbeitet und alles ist hund und katzen ist ja alles alles durcheinander so jetzt zum beispiel mehr auf die fische und das kenne wird gar aus das ist traurig so ich kann den und da ein bisschen irgendwann muss ich nochmal die zweite eisenschmelze anwerfen erstmal muss man mal Fisch dahin nehmen wo wir da irgendwas derartiges machen können so will ich den Rest hin machen brauche ich diesen Wald auch noch? ich meine ich habe jetzt nicht so viel Holz 11 Holzfäller ist halt von Asiaten schon deutlich am unteren Ende der Möglichkeiten können wir dann hier den Wald auch noch ein vornehmen hier ist noch eine große Karte raus vielleicht auch was für na gut dann den Wald auch noch da ich gleich in der nächsten Folge haben wir noch eine halbe Minute dieser Folge so ich habe das zuerst gesetzt aber ich hätte kein Problem wenn das hier zuerst fertig wird so wird irgendwas davon demnächst mal fertig so freie Trio ist quasi nicht existent im Moment so ich glaube dann kann man hier die Schmelzen und auch die Schmelzer und die dritte Werkzeugschmieder auch noch zu geben so 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 ich sehe gerade auf die Uhr es ist schon wieder schon wieder Zeit hm ja beim nächsten Mal sind wir dann auch wieder da auch vor dem Sandmann also wir sind auch für die Jugend verfügbar und so aber das sehen wir dann in der nächsten Folge wie es hier weiter geht bis dann tschüss 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 so 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 so